Sie liegen in Nischen und Särgen. Sie hängen an den Wänden, in der Unterwelt von Palermo. Die größte Mumiensammlung, die es gibt, mit fast 2000 Toten. Eine davon ist Rosalia, die schönste Mumie der Welt. Seit 90 Jahren verzaubert das kleine Mädchen jeden Besucher. Es scheint, als würde sie friedlich schlafen. In diesem Raum liegt sie. Rosalia, so hieß das Mädchen. Und sie sieht noch heute fast lebensecht aus. Mit Schleife im Haar. Unglaublich. Eigentlich fast eher wie eine perfekte Puppe im Schneewittchen-Sarg. Die Einwohner Palermos verehren sie. Aber wird sie für immer und ewig so schön bleiben können? Unterhalb dieses Kapuzinerklosters liegen die Katakomben von Palermo. Eine Touristenattraktion. Drei Euro kostet der Abstieg in das Reich der Toten. Mumien aus den letzten fünf Jahrhunderten. Die meisten Besucher kommen aber wegen Rosalia. Dem heimlichen Schatz der Mönche. Welches Geheimnis verbirgt die schöne Mumie? In der Klosterbibliothek sucht der Anthropologe Dario Piombino nach einer Antwort. Ich wollte immer wissen, wer sie einbalsamiert hatte. Es ist für mich offensichtlich, dass sie nicht durch ein Wunder so aussehen kann. Das ist Kunst. Große Kunst. Es gab nur eine kleine Notiz im Katalog der Kapuzinerkatakomben. Sie sprach von einem Arzt namens Dr. Solafia. Eine falsche Spur. Dario Piombino gerät in eine Sackgasse. So bleibt ihm Rosalias Geheimnis zunächst verschlossen. Der Sizilianer lässt sich nicht entmutigen. Die Katakomben von Palermo sind seine persönliche Leidenschaft. Seit einem Schlüsselerlebnis. Als ich das erste Mal nach Palermo kam und das kleine Mädchen sah, war ich tief beeindruckt. Sie schien so lebendig. Ich hatte den Eindruck, sie dürfe nicht in einem Grab leben. Rosalia sollte draußen sein mit anderen Kindern. Ihr früher Tod war nicht gerecht. Rosalia Lombardo. Ein hübsches, dunkelhaariges Mädchen. Sie wächst wohlbehütet auf. Abgöttisch geliebt von ihrem Vater, dem angesehenen Hauptmann Mario Lombardo. Es gibt nicht einen Tag, an dem ich nicht über dieses Kind nachgedacht habe. Für mich ist sie so etwas wie eine Familienangehörige. Jemand, den ich wirklich beschützen muss. Ich bin zunehmend besorgt. Sie sieht schlimmer aus als jemals zuvor. Seit einigen Jahren zeigt Rosalia starke Verfallsspuren. Ich meine, dass diese Flecken immer größer werden. Auf den Wangen, auf der Nase, um die Lippen herum. Hilfe erhofft er sich von seinem Institutsleiter aus Bozen, dem Ötzi-Experten Professor Albert Zink. Weltweit einer der anerkanntesten Mumienforscher. Im Krieg haben wir unten in den Katakomben Schutz gesucht. Die Mumien haben die Lebenden also gerettet. Rosalia ist selbst für Albert Zink etwas Einzigartiges. Man hat bei anderen Mumien oft den Eindruck, das sind Totenmasken. Das sind tote Menschen, wo der Körper konserviert wurde, zwar der Körper auch gut erhalten ist. Aber in derartig schönes Gesicht, so feine Gesichtszüge, den Eindruck zu erwecken, als würde dieses Mädchen schlafen, das ist wirklich einmalig. Bei all den Mumien, die ich bisher gesehen habe. Rosalia, die schönste Mumie der Welt. Aber sie ist vom Zerfall bedroht. Und die Frage ist, ob und wenn ja, wie sie gerettet werden kann. Aber der andere Punkt ist ja, warum gibt es hier, und zwar gerade hier, so viele Mumien? Fast 2000 Stück. Wir sind ja nicht in Ägypten, wo man das vielleicht vermuten würde. Wir sind auch Sizilien. Das hat natürlich seinen Grund. Vor langer Zeit haben Mönche dieses Klosters durch Zufall festgestellt, dass hier unten in den Kellergewölben Leichen natürlicherweise mumifizieren. Dieser Mönch war der erste, der hier unten bestattet wurde. Er verweste nicht. Für die Sizilianer ein göttliches Zeichen. Fortan wollten alle Adligen und reichen Bürger hier beigesetzt werden. Im Laufe der Zeit wurden die Körper nach verschiedenen Kategorien angeordnet, sodass wir heute einen Gang für die Männer haben. Einen Gang für Frauen. Mit einem eigenen Abschnitt für die Jungfrauen. Einen Gang für die Priester. Mit einst mächtigen Bischöfen und Kardinälen. Einen Gang für Ordensbrüder. Die asketischen Kapuzinermönche. Und einen Gang für verschiedene Berufe. Maler, Ärzte, Politiker. Das ist der traurigste Abschnitt der Katakomben, der Bereich, der den Kindern vorbehalten ist. Es sieht aus wie ein sehr ruhiges Kinderzimmer. Und es ist sehr besonders, dass sie alle zusammen sind. Ich frage mich, ob die Familien sie alle an diesen Platz brachten, um sicher zu sein, dass sie in der anderen Welt miteinander spielten. Rosalia liegt nicht bei diesen Kindern. 1920 erkrankt das Mädchen an einer schweren Lungenentzündung. Antibiotika gibt es noch nicht. Die Ärzte können nicht helfen. Nur eine Woche vor ihrem zweiten Geburtstag stirbt die kleine Rosalia Lombardo. Auf Sizilien gibt es eine besondere Beziehung zwischen Lebenden und Toten. Die Toten werden als eine Art Schutz für die Familie betrachtet. Wie kleine Heilige. Sie sind eine Art Medium zwischen unserer Welt und der göttlichen Dimension. Mönche und Einbalsamierer entwickelten immer ausgefeiltere Methoden, die Leichen zu konservieren. Viele dieser Körper sind natürlich mumifiziert. Sie wurden in besondere Räume gebettet, mit Essig gewaschen und an der frischen Luft getrocknet. Dann wurden sie angezogen und in den Katakomben in diese Nischen gehängt oder in Särge gelegt. Das ist definitiv eine künstlich erhaltene Mumie. Sie ist von 1844. Damals wurde verstärkt Arsen und Quecksilber zur Einbalsamierung verwendet. Hochgiftige Stoffe. Oft tödlich für die Einbalsamierer. Rosalia wurde anders konserviert. Nicht von einem Arzt, wie die meisten Quellen behaupten. Dario Piombino stößt auf den Namen Alfredo Salafia. Chemiker und berühmter Tierpräparator. Aber von Salafias Einbalsamierungsformel fehlt jede Spur. Auf seiner Suche entdeckte der Anthropologe einen weiteren, von Salafia präparierten Leichnam. Lass uns den Zustand des Bruders von Professor Salafia prüfen, Ernesto Salafia. Und er wurde von seinem Bruder genauso einbalsamiert wie Rosalia? Ja, wir nehmen jedenfalls an, dass es dieselbe Formel ist. Dann wollen wir mal aufmachen. Ziemlich staubig hier. Die Wissenschaftler suchen nach Hinweisen. Wie bei Rosalia bedeckt eine Glasscheibe den Sarg. Doch hier ist sie zerbrochen. Ist da Wasser in den Sarg eingetreten? Leider ja, durch dieses Loch. Der Körper ist stark zerstört. Vermutlich durch die Feuchtigkeit, die eingedrungen ist. Fast skelettiert. Rosalia hingegen wirkt hinter ihrer intakten Glasscheibe noch immer lebendig. Die Einbalsamierung gibt einem die Möglichkeit, länger mit jemandem zusammen zu sein, den wir wirklich lieben. Denn es ist schwer, sich zu verabschieden. Darum rief der Vater Professor Salafia, den berühmtesten Einbalsamierer von Palermo. Ich werde mein Bestes geben. Ich verspreche es. Eigentlich ist die Beisetzung in den Katakomben seit Ende des 19. Jahrhunderts untersagt. Man vermutete, dass die Mumien Keime übertragen. Trotzdem durfte Lombardo seine Tochter dort aufbahren. Salafias Behandlung galt offenbar als eine Art Desinfektion. Aber kann sie Rosalia für immer bewahren? Ich habe hier ein altes Foto. Da kannst du sehen, wie sich die Farbe geändert hat. Sie scheint auf dem Foto etwas rundlicher zu sein. Die Haare waren dunkler und das Gesicht war heller, weicher, gleichmäßiger. Foto-Oxidation heißt dieser Effekt. Sonnenlicht und Fotoblitze, Bleichen, Kleidung und Haare. Die Haut dagegen wird dunkler. Aber das allein erklärt nicht die Verfallsspuren. Es heißt, irgendwann in den 70ern oder 80ern sei das Glas zerbrochen. Aha, das war vielleicht der Beginn dieser langsamen Zersetzung. Ich denke auch, das hat diesen Prozess beschleunigt. Und dieses hier wurde später zusätzlich drauf montiert. Richtig? Ja, es wurde 2008 hinzugefügt. Ein zweites Glas. Die Mönche wollten damit Rosalias Verfall aufhalten. Offenbar vergeblich. Fassen wir noch einmal zusammen. Rosalia, ein zweijähriges Mädchen, wird nach ihrem Tod komplett mumifiziert. Nach dieser speziellen Formel. Aber wenn heutzutage nicht schnell etwas passiert, ist ihr Zerfallen nicht mehr aufzuhalten. Denn seit einiger Zeit ist es hier in den Katakomben feuchter geworden. In diesem Raum kann man es besonders gut sehen. Die Decke, fast komplett grün, überzogen mit Algen. Diese Feuchtigkeit, die auch in der Luft ist, fördert den Zerfall der Mumien. Jahrhundertelang nahm der Tuffstein Feuchtigkeit auf. Und die Luftzirkulation funktionierte. Doch bauliche Maßnahmen veränderten das Raumklima massiv. Alles ist sehr weich. Die Kleider zersetzen sich. Ja, alles zersetzt sich. Das ist wirklich ein Schlammer. Schlimmer. Schlimmer Zustand. Schau mal da. Moos und Algen auf den Tuffmauern. Überall Spuren starker Feuchtigkeit. Hier sehen wir ganz deutlich die Schimmelbildung an den Weichteilen. Das liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit. Eine ideale Grundlage für den Schimmel. Also in diesem Ausmaß habe ich es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und das ist wirklich sehr bedenklich. Und hier muss man wirklich jetzt Maßnahmen ergreifen, dieses Wachstum zu stoppen. Ich weiß von den Kapuzinern, dass hier umgebaut wurde. Zum Beispiel wurde das Abwassersystem erneuert. Das hat definitiv zu diesen Veränderungen geführt. Die Forscher haben an verschiedenen Punkten Sonden angebracht, um Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen über einen längeren Zeitraum messen zu können. Okay, it's almost full. Die Auswertung der Daten zeigt, die Luftfeuchtigkeit ist viel zu hoch. Mumien vertragen maximal 50 Prozent. Das Klima in den Katakomben lässt sich aber nicht so einfach korrigieren. Für Rosalia brauchen die Forscher eine schnelle Lösung. Sie können sie nur retten, wenn sie wissen, wie sie einbalsamiert wurde. Im Kommunalarchiv von Palermo lagern seit 1311 die amtlichen Dokumente der Stadt. Hier hofft Dario Piombino endlich Hinweise auf lebende Verwandte des Einbalsamierers Alfredo Salafia zu finden. Nach tagelangen Recherchen entdeckt die Archivdirektorin ein altes Melderegister. Wenn darin Verwandte Salafias aufgeführt sind, kann Dario Piombino einen Stammbaum zeichnen, der ihn vielleicht zu den noch lebenden Erben führt. Die mühsame Suche lohnt sich. Dario Piombino findet tatsächlich eine entfernte Verwandte Salafias. Sie behauptet, persönliche Dokumente des Einbalsamierers zu besitzen. Darunter ein Manuskript von Salafia selbst verfasst. Endlich lernen wir uns kennen. Hier ist das Manuskript. Schauen Sie mal. Und alles in seiner Handschrift. Neue Spezialmethode für die Erhaltung eines ganzen menschlichen Leichennams im Zustand permanenter Frische. Es ist unglaublich. Eine Liste aller Körper, die Salafia konserviert hat. Handschriftlich von ihm selbst dokumentiert. Bis in jede Einzelheit. Mit Fotos, Anmerkungen, Gedanken. Ich kann es kaum glauben. Das ist die Formel von Salafia. Jeder hat danach gesucht. Jeder wollte sie sehen. Und sie war die ganze Zeit hier. Ich habe dieses Manuskript gefunden und es aus Respekt aufbewahrt. Es ist ja alles mit der Hand geschrieben. Salafias Formel. Extra hervorgehoben, die Mumie muss luftdicht abgeschlossen sein. Salafia ersetzt das Blut mit einer Mixtur aus Glycerin, Formalin und in Alkohol aufgelöster Salicylsäure, angereichert mit Zinksulfat und Chlorid. Die Zutaten werden noch heute in der medizinischen Forschung, Anatomie und Pathologie verwendet. Für mich ist sehr interessant, dass er Formalin benutzt hat und nicht Quecksilber und Arsen wie andere Einbalsamierer. Das war für seine Zeit etwas sehr Besonderes. Er war also sowas wie ein Pionier. Das ist im Wesentlichen dieselbe Formel, die seit 100 Jahren besteht und bis heute angewandt wird. Sie liefert einen überraschenden Hinweis. Glycerin hat die Eigenschaft, Wasser zu binden. Das müssen wir berücksichtigen, wenn wir über den zukünftigen Erhalt nachdenken. Vielleicht ist in ihrem Körper noch ein Rest Wasser. Wir dürfen sie nicht für die ausgetrockneten ägyptischen oder sizilianischen Mumien behandeln. Jetzt wissen die Forscher, Rosalia braucht ein feuchteres Klima als die anderen Mumien. Und sie muss hermetisch abgeschirmt sein vor zersetzenden Mikroorganismen. Ihr Glassarg schafft das offenbar nicht mehr. Albert Zink wendet sich an eine Mailänder Maschinenbaufirma. Die technische Herausforderung? Die Experten müssen eine Konstruktion entwickeln, die Rosalia in ihrem Sarg vor zersetzenden Bakterien und Mikroorganismen bewahrt. Und automatisch das Raumklima regelt. Doch dazu brauchen die Forscher die Genehmigung der Mönche. Dario Piombino muss sie von der Notwendigkeit überzeugen. Die Mumien zerfallen langsam. Insbesondere die Feuchtigkeit ist viel höher als früher. Ein noch größeres Problem ist Rosalia Lombardo. Sie braucht eine spezielle Behandlung. Deshalb ist es notwendig für sie ein besonderes Mikroklima zu schaffen. In Mailand entwickeln die Forscher eine luftdichte Vitrine aus Glas und Metall. Befüllt mit einem bestimmten Gas. Dieses Gas ist Stickstoff und ist Teil der natürlichen Atmosphäre. Stickstoff vernichtet alle lebenden Organismen, die Sauerstoff brauchen. Ein Präzisionslaser schneidet die Metallteile für die Vitrine aus. So werden sie lückenlos zusammenpassen und keinen Gasaustausch zulassen. Müsst ihr dafür Rosalias Glas abnehmen? Nein, das Glas wird nicht abgenommen. Denn wenn ihr das abnehmt, dann ist es aus. Nein, nein, das innere Glas wird auf keinen Fall abgenommen. Das wäre höchst riskant und unnötig. Wir wollen sie, so wie sie ist, mit dem Sarg in einen anderen Behälter legen. Zentimeter dick und bruchsicher. Damit Rosalia in der Vitrine weiterhin gut zu sehen ist, muss die Glasplatte gebogen werden. Das leistet dieser Ofen. Nach sieben Stunden bei circa 500 Grad hat die Glasplatte die Form angenommen. Sie wird später nach einem extra patentierten System mit dem Metallkorpus verbunden. Weil es so dicht hält, ermöglicht es auch eine konstante Temperatur. Zwischen die einzelnen Glasscheiben kommt eine Spezialfolie. Diese Folie schirmt das Licht ab. Selbst wenn jemand mit Blitz fotografiert, passiert nichts. Alle drei Schichten verschmelzen im Ofen schließlich zu der einmaligen Glashaube. Die Vitrine ist dann durch einen Computer mit unserem Institut verbunden. Wo ist das denn? In Bozen. Ah, Bozen. Und dort habt ihr auch so ein Ding? Ja, sicher. Über den Computer kommen die Daten direkt an. Wir könnten auch am anderen Ende der Welt sein. Es kommt in Echtzeit an. Die Mönche sind überzeugt. Es wurde lange darüber diskutiert, wie Rosalia in die neue Vitrine kommt. So gab es zum Beispiel die Idee, diese Glasplatte zu entfernen, sie doch hier rauszuholen und umzubetten. Aber die Verantwortlichen waren dagegen. Das heißt also, sie muss so wie sie hier steht, mit ihrem Kindersarg in diese Vitrine gelegt werden. Für die Wissenschaftler ist das ein vollkommen neuer Weg, den sie hier beschreiten. Und alle sind sehr gespannt darauf, ob sie dadurch gerettet werden kann. Nach fünf Monaten Planung und Bauzeit kommt die Vitrine im Kapuzinerkloster an. Auf diesen Moment haben alle gewartet. Ich bin sehr gespannt, wie sie aussieht. Bis jetzt kennen wir nur Zeichnungen. Und jetzt ist sie hier und wir können sehen, worin Rosalia für immer schlafen wird. Die Mumien-Experten haben für Rosalia einen neuen Platz ausgesucht. Dunkel, mit geringen Temperaturschwankungen. Der Glaskasten wiegt mehr als 100 Kilogramm. Einen Aufzug gibt es nicht. Die Entwicklung der Hightech-Vitrine hat 30.000 Euro gekostet. Das ist ein Schablon. Okay. Zum ersten Mal nach 90 Jahren soll Rosalia die Krypta verlassen, in der ihr Vater sie aufbahren ließ. Anfangs kam er sehr oft nach Palermo. Er musste sie sehen. Seine kleine Rosalia. Eigentlich sollte sie nur vorübergehend in den Katakomben bleiben. Denn Mario Lombardo wollte Sizilien verlassen und seine Tochter mitnehmen. Er hat diesen Verlust niemals überwunden. Ein Jahr lang besuchte Mario Lombardo seine Tochter. Fast täglich. Dann, von einem Tag auf den anderen, kam er nie wieder. Und jetzt verlässt Rosalia ihre Krypta. Wir hoffen, dass auf dem Transport, auch wenn er nur kurz ist, alles gut geht, dass nichts passiert, dass keiner stolpert. Dass vielleicht jetzt noch zum Schluss der Sarg kaputt geht oder irgendetwas passiert, was wir gar nicht eingeplant hätten. Das wäre das Schlimmste, was jetzt noch passieren könnte. Als nächstes wird mit einer verdünnten Formalin-Lösung das Ganze nochmal desinfiziert, damit auch keine Bakterien, Mikroorganismen schon in die Vitrine mit hineingetragen werden. Formalin, dieselbe Substanz, die auch Alfredo Salafia zur Konservierung Rosalias verwendet hatte. Die Mumien-Experten versuchen, die obere Glasscheibe zu entfernen, die die Kapuziner vor zwei Jahren anbringen ließen. Offensichtlich hat sie mehr geschadet als genutzt. Es ist gelungen. Die untere Glasscheibe ist noch intakt. Was für ein Gestank, was ist das? Das ist der Moda, der sich zwischen den Scheiben gebildet hat. Also es lief sehr gut, nur haben wir festgestellt, wie wir die Scheibe abgenommen haben, dass sich zwischen den beiden Scheiben eine Kondensflüssigkeit gebildet hat und auch ein gewisser Geruch ist aufgetreten, der darauf hinweist, dass sich dort schon Mikroorganismen gebildet haben. Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt weggemacht haben, weil es einfach schlecht auch für den Halt der Mumie ist. Durch diese Luke wollen die Wissenschaftler Rosalias Sarg in die Vitrine schieben. Millimeterarbeit. Durch das Glas können die Wissenschaftler nichts korrigieren. Die Mumie darf nicht verrutschen. Jede hastige Bewegung wäre jetzt fatal. Geschafft. Die letzten Handgriffe. Die Vitrine wird über ein Ventilsystem mit Stickstoff befüllt. Ohne Sauerstoff haben Bakterien und Mikroorganismen keine Chance mehr, die Mumie zu zersetzen. Die Feuchtigkeit stellen die Experten auf 65 Prozent ein, damit Rosalia nicht austrocknet. Das ist ein sehr ergreifender Moment, weil irgendwo tut es einem leid, dass wir sie aus ihrem Originalbestattung herausgenommen haben, aus der Krypta, wo sie so lange war und in diese neue, moderne Umgebung gebracht haben. Auf der anderen Seite bin ich doch sehr glücklich jetzt, dass sie jetzt ein neues Zuhause gefunden hat, wo sie wirklich besser aufgehoben, wie es ja besser geht. Ich kann nicht aufhören, sie anzusehen. Ja, irgendwie. Es scheint ihr gut zu gehen. Es scheint zu gelingen, Rosalia, die schönste Mumie der Welt, vor dem Zerfall zu bewahren. Dem Vater ist etwas gelungen. Die Tochter hat nicht nur ihn bewegt, sondern fasziniert Menschen bis heute. Und wir? Wir haben über diese persönliche Geschichte einen Einblick bekommen in das Leben Süditaliens vor rund 100 Jahren. Und wir haben über die Geschichte einen Einblick bekommen. Vielen Dank.